Musik Die ist auch flach. Seh ich nicht. Was für ein Kack hier. Ich war wieder zurück. Toll. Das ist doch keine Querschallenge. Zweite Runde. Los. Durch hier. Los. Die Querschallenge, die ich kenne. Das ist eine Querschallenge. Aber das ist hier keine Querschallenge. Ich lade euch gleich mal ein zu einer richtigen Querschallenge. Das ist komisch. Querschallenge. Du musst durch. Ja, keine Ahnung. Was ist das? Niklas hatte eine gute Querschallenge. Das ist ein Lappenquerschallenge. Querschallenge. Ah, ne. Ah, Mist. Hat nicht jemand von euch noch die Pide? Querschallenge mit den Pantos? Schreibt mir mal, Leute. Thomas, du hast doch die noch, oder? Äh, der hat auch einen neuen Account. Ne. Thomas, lad uns mal zu die Querschallenge ein. Panto-Querschallenge von mir. Ähm, mit, äh, drei Runden. Das reicht aus. Nicht mehr. Hier, einer schafft das nicht. Ja, warte doch mal lieber ab. Na, wo weh ich durch, hä? Wo wehst du hin? Tja, Sechster. Das wird nix. Oh, 1620. Oh, das ist ja kein Geld. Kann ich mir nur eine halbe Socke kaufen? Dann geht ja. Ist ja nix. Oh, der Friedrich Kacke hat gewonnen. Toll. Armes Rennen. So, Thomas, lad uns ein zu dieses Rennen da. Oh, jemand hat Geld gesetzt. Oh, minus 2, 21.000, ne, 20.100. Verlust gemacht. So, freien Modus. Thomas lädt uns ein. Und, ich hab ja keine Rennen. Gar nix hab ich mit dem Account. So, warten wir mal ab. Ja, wer ist ein Anführer? Ich bin Anführer. Nicht den folgenden Anführer. Meine Seele. Wieder ein Körper drin. Wunderbar. Thomas lädt uns ein. Hat sonst noch jemand von euch ein sehr gutes Rennen? Was er empfehlen kann bei Rockstar. Also markiertes Rennen. Hat jemand das von euch? Meldet euch bei mir mit per SMS. Wirklich ein ganz gutes Rennen. Vielleicht Warwights oder irgendwie sowas. So. So, tötet mich mal. Solange bis die uns einladen. Mit Waffe, wie auch immer. Egal. Rennen, Bakura. Bakura, rennt. Aha. Kommt nicht an mich ran. Wie rennt denn Bakura? Oh, oh. Ich werde platt gefahren. Gemüglich hier unten auf dem Boden. Friedrich Kack hat mich platt gemacht. Ja, ich bin hier oben jetzt. Hallo, Leute. Was ist das denn? Warte mal, nicht töten. Nicht töten. Ich habe was entdeckt für mich. Nicht töten jetzt. Was ist das denn da? Wo war das denn jetzt? Da unten. Da muss ich mal hin. Auf geht's. Auf geht's. Was ist das da? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich lebe hier schon so lange in GTA. Dann habe ich das ja nicht gesehen. Ach, das ist ein Tennisplatz. Oh, still a dead match. Nein. Thomas? Bist du fertig? Hast du da was gefunden? Da sind nicht alle hier. Ich warte noch. Thomas? Wie kommst du denn da rein? Weißt du, wie kommt das da rüber? Duckt euch mal. Hier hinter dem Zaun. Dann kriege ich. Ja, bleibt so. Mist. Ich krieg den zuerst. Jetzt. Wieso? Oh, bleib mal still. Nicht so schnell fahren wegen die Map. Oder warte nochmal, Niklas. Wir machen erst was mit dem Titan. Noch nicht einladen, Niklas. Aber was machen wir denn? Hat jemand eine Idee mit dem Titan? Jeder holt sich einen eigenen Titan? Und jetzt ist es auch gerade hell. Ja, los, da hinten hin. Die spawnen schnell. So, alle auf der Landfläche, bitte. Und dann fliegen wir am besten. Und ja, wir landen auf dem Berg. Das ist mal was. Wir landen auf dem Berg. Oh ja, dann hole ich mir einen. Die spawnen ganz schnell. Neues System. Ganz eng zusammen. Okay. Oh, ist auch nicht schlecht. So. Holt ich den nächsten? Und auf die Landfläche, bitte. Ja, der nächste. Einsteigen. Und da hinten, wo die anderen stehen. Der eine, der erste. Ich will nur gucken, ob alles gut geht hier. Ne, 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 nicht dahin, wo ich stehe. Ah, Noah, 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 Noah. Wissen nachdenken. Nachdenken. Logisches Nachdenken. So, stell dich da hinten hin, wo der andere steht. Los geht's. So, der nächste, bitte. Okay. Da steht schon wieder der nächste. Da steht schon wieder der nächste. Untertitelung.